Warten wir uns wieder aus den Kontakt. Ich habe keine Ahnung von wo du gerade beschossen wirst, du bist doch von dem Stein da weg. Frage, hat man Funkspruch aufgenommen? Negativ. Fuck, Südosten, Generator 1, Feind, Südosten, wahrscheinlich Südosten. Ich umlaufe mal Richtung Westen. Oh ne mach ich nicht, Fritz schon. Oh ja, keine Bescheid. Danke. Ich würde auch sagen, ihr Generator 2 Team General, die die Garde noch in Position bleiben. Korn ist Fischer. Hm. Ich würde auch definitiv über einen Feind abgeschossen, oder habt ihr mich angeschossen? Ne, extra zweimal gecheckt, du wirst auch zweimal jeder gestreckt hinter dem... Ja, genau. Und ich hätte ja beim zweiten Mal fast schwören können, dass der Schuss irgendwo von Nordosten kommt, deswegen war ich nicht ganz sicher. Ja, könnte man auch denken, aber ich bin kurz nach rechts wieder gegangen zum Gucken und hab den dann kassiert. Ich werde heute der zweite Schuss kassen, als ich mich selber umgenockt hab, weil ich auf ein Boot geknallt hab und dann der... Okay, kann sein, ja. Ja, das ist nur eine Theorie, also das weiß ich aber nicht. Aber schon der erste Schuss hat mich sehr verwirrt. Also der erste Schuss kann definitiv nur aus Richtung Südwesten gekommen sein, so Süden, Südwesten, irgendwo. Für ein Überfall ja eigentlich relativ lahm. Lass mal rüber zu Fischer gehen, am besten zu dem dicken Stein. Fischer, wir treffen uns an deinem Stein, wo du grad bist. Fischer. 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 Warum knallt's nicht oder warum auch gar nicht mehr, also? ja weil wenn ich schon sichtlinie auf dich hatten dann müsst ihr doch schon längst ein generator weggepalt haben ja deshalb also das macht irgendwie gar keinen sinn und vor allem warum ich nur einen schuss auf mich abgegeben habe so ein perfekter schuss ich gehe mal kurz rechts um eventuell spielst du jetzt auch auf ultra safe und umlauf uns komplett generator 1 bis auf diese 23 schuss wechsel gesehen oder es ist nicht was der feind macht oder der schuss herkam ich war schon sehr komischer schuss ja von was eben was mit der ablenkung also warum sind da nicht mehr schüsse geflogen warum kann da nicht irgendwie was wie angriff also ich meine jetzt also wenn es wirklich die waren dann die rebelle sind doch jetzt erst auch auf auf dienst auf abgärts oder auch abgärts 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 aber wisst ihr wo das dicke Ding steht das ihr da so wenn man mal ein bisschen Orientierung habt ich würde sagen wir bleiben wenn sie geknubbelt oder dann wollen wir uns wieder aufteilen das hat als hier nichts wirklich Deckung nicht wahr wir könnten meine combat patrol rechts um eine gerade herumlaufen das können wir machen wir sagen da bleiben doch nicht wie gehen ein paar pflanzen rechts rum wenn wir dran sind rückst du nach dann aber überschlagen das vorgehen wird dann kann man etwas produzieren hier noch in dem schweck weiter oder ja, aber doch über das Ding Kontakt! Kontakt! Jo, alles klar. Wo? Vom Generator, aber in Richtung äh... Geh noch weiter rechts raus Kontakt jedenfalls auf 160, Süden Ich laufe Wir haben hier die Hälfte über den Kick und Posi 10 Tonnen dritten Was mit 160 kann man, ja? Ja Wir haben hier eine Scheiß-Position, Reimchen Weiter oder zurück? Das ist der Größte Status im Generator, können wir das noch sagen Zum Schluss Zum Schilderhof Reimchen, wir sollten zurückfallen Jawohl rein ich jetzt gott gelegt ein kind wieder der unglaublich beschissene position zum verwecken ich glaube der feind weiß noch nicht, dass der generale zerstört ist, ich hieße ihn noch drauf ja ich denke mal ich rechne mit einer explosion destiny ich bin am generator dran, linke seite vom generator hier befind ich am osten, wir müssen zurück, gerade schon auf geschildet zu ok, alles klar, tut mir leid Reimchen, objektiv geht vor ja, die sind schon am Schild direkt im osten wollte aber lima kommt mit 2-man zurück bitte wiederholen t direkt im osten waren drei Leute feindliche hier sie sind hier, sie sind hier drin, auch reinkommen hier weiter drin, kommt zurück raus aus left start schna sowas rog Ja, ich hab's verwischt. Kitz, wir werden wirklich weiterlaufen. Irgendwo Richtung Südosten, ich hab dich gedeckt, lauf von mir vorbei. Ich kann grad sowieso nicht laufen. Ich lebe noch, aber der Rebelle ist hier im Camp. Ich grille ihn. In welcher Zelle ist der Gefangene? Mittlere, mittlere Mitte. Der Gefangene ist da. Das ist nie, ich bin im Camp. Niemand stellt sich im Süden an die Ecke. Der Rest, der da noch im Süden war, der muss irgendwann über die Öffene Fläche rüber und da haben wir sie. Ich höre Litschke. Ja, das ist einer von den Schattenräumen von mir. Von den Kopfkörjägern. Ich bin im Süden an der Ecke. Passt nur auf, dass keiner mehr über das offene Fläche läuft. Check. Lass die Jedis ruhig rein, zu mir. Der Rest läuft, die ihr Platz machen. Was ich gefunden hab. Habt ihr den schon erlegt, oder was? Ja, geh beim Zweikampf. Ich hab dich eingemischt. Gut Job, schon wieder. Alter, wer bestätigt der Jedi-Killer. Einfach von nicht nur aufgespaldert. Sehr gut. Einer weniger. Feind bei eins. Sieben. Fünf Grad. Korrigiere. Eins. Sechs. Fünf. Klima für Walter Rinkopf. Ja. Mindestens zwei Feinde aus Süden. Ich hab keine Sicht von denen, die sind hinter dem Stein, der hier am Eingang ist. Gut, wir versuchen die zum Laufen. Jetzt ist auch schon egal. Von Westen her. Ganz überstanden. Wie weit sind die ungefähr raus? Amtstein oder weit im Wald hinten? Weiter Richtung Wald hinten. Eher im Wald drin. Äh, circa 250. Ich seh die direkt vor uns. Äh, voraus auf 130 Grad. Wir gehen ja nochmal links rum. Im Wald hin, hopp. Naja. Im Wald hinten. Naja, da sieht. Lima hat sich's. Sieden hat Panzerfaust schützen aus. Einer erlegt Ja, 140 Grad. Drei Schütteln Die alten Blume Die kommen von hinten ran Achtung gehen Achtung gehen Achtung vor die Feuer Achtung Vor einstellend Vor einstellend, beide bekämpft Kommen 3, Skiff-Görber Die Wollte drehen, bin wieder Da Gute Arbeit